Also, wie ist dein Film? Scheiße. Eine weitere Glanztag der Mittelmäßigkeit. Aber das Mädchen wirkt nett. Ist sie auch. Und sie weiß noch nicht, dass es so enden wird wie mit allen anderen. Gefällt sie dir? Nein. Vielleicht rettest du sie vor mir. Alles in Ordnung, Schätzchen? Das war mal der magischste Ort auf der ganzen Welt, oder? Was? Ein weiteres Set, eine weitere Kritik. Eine weitere Romanze, eine weitere Trennung. Ich bin müde, Faye. Ist okay. Ist okay. Ich war der größte Glückspilz der Welt. Ich hatte einen guten Lauf, oder? Hattest du wirklich? Ja, es war herrlich. Ich muss dann mal los, Schätzchen. Es war schön, dich zu sehen, Faye. Du wirst in Europa Erfolg haben. Du warst immer eine Gute. Danke sehr. Tschau, mein Lieber. Tschau. Wir sehen uns in Venedig. Wir sehen uns in Prag. 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 Ich gehe dir die Zigarren holen. Hey, du machst einen tollen Job. Wie hoch war dein bestes Trinkgeld? 50 Dollar. Und von wem? Von Ihnen, Mr. Conrad. Jetzt liegt's an dir, Junge. Die Zukunft gehört dir. Jetzt ist es ein schönes Trinkgeld. Jetzt ist es ein schönes Trinkgeld. Jetzt ist es ein schönes Trinkgeld. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018